Du musst perfekt sein, du darfst nicht versagen. Vor Gruppen sprechen, das ist eh schon so aufregend, also für die einen, für die anderen nicht, aber das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Wenn wir vor Gruppen sprechen, dann wollen wir abliefern, wir wollen perfekt sein, wir wollen, dass die anderen uns gut finden, zumindest die meisten von uns wollen, dass die anderen uns gut finden. Und wir müssen ja auch abliefern, wir müssen funktionieren, wir müssen den anderen überzeugen oder begeistern, sonst bräuchtest du keine Präsentation, sondern sonst könntest du einfach dein PDF rausschicken und sagen, so, hier sind die Informationen. Also du willst ja was erreichen und dieser Druck, der sitzt auf der Schulter, die kleine Yvonne zum Beispiel, und sagt, du musst perfekt sein, du musst perfekt abliefern, du darfst dich nicht verhaspeln, du darfst keinen Blackout haben. Diese kleine Yvonne, die da sitzt, nur wenn du perfekt ablieferst, dann wirst du ja rein. Die sorgt dafür, dass es eben nicht gut wird, dass du nicht mehr locker bist, dass du nicht mehr du bist. Meine Idee für dich, schnipps sie einfach weg. Wir müssen wieder alles. Also dann werden wir alles. Ich weiß nicht.